Das ist eine sehr schöne Verhandlung, eine alte Sophie-Geschichte. Das ist eine Verhandlung, bei der jeder bekommt, was er verdient, bei der jeder bekommt, was er will. Und das ist wirklich, wirklich perfekt. Meine absolute Lieblingsgeschichte aus der Welt der Verhandlungen, die Sie tatsächlich kennen, wenn Sie das Buch gelesen haben, ist die Geschichte von 17 Kamelen. Ein alter Mann im Orient hatte 17 Kamele und in seinem Testament verfügte er, wie sie aufgeteilt werden sollten, nämlich der Älteste sollte die Hälfte bekommen, der Zweitälteste ein Drittel und der Jüngste ein Neuntel. Jetzt sehen Sie clever aus, muss keine Taschenrechner verteilen, aber Sie sehen, es ist schwierig. Als der Mann starb, überlegten die Söhne, wie sie es machen sollten. Sie grübelten und grübelten und dann riefen sie einen weisen alten Mann um Hilfe. Der kam auf seinem Kamel und sagte, naja, ist doch ganz einfach, Leute, ich gebe euch mein Kamel, jetzt habt ihr 18 und jetzt klappt es. Sie verstanden nicht, er sagte, naja, ist doch klar, jetzt mit 18 kriegt der Älteste die Hälfte von 18, nämlich, jawohl, manchmal meinen Studenten immer, um zu testen, ob sie auch schon da sind, und der Zweitälteste ein Drittel, jawohl. Jetzt denken alle nach, weil sie können ja der Nächste sein. Keiner darf sich sicher fühlen. Der Jüngste, ein Neuntel. Ja, sie waren schon nicht da, weil sie dachten, sie haben sich in Sicherheit gewogen. Ja, weil sie schon dran waren. Trügerisch. Zwei, genau. Aber fast richtig, ne? Ein Kamel, gut. Auf jeden Fall, genau. Aber warum haben sie sich geirrt? Na ja, klar. Und der alte Mann, also die sagten, vielen Dank, weiser alter Mann, aber wir können ja nicht ihr Kamel behalten. Und er sagt, ihr habt doch gerade selber gesagt, nicht nur bin ich alt, sondern, und vor allen Dingen weise, und deswegen, rechnen wir mal zusammen, 9 plus 6 plus 2 macht ja gar nicht 18, sondern 17, und er ritt fort auf seinem Kamel. Und das ist eine schöne Verhandlung. Das ist eine sehr schöne Verhandlung, eine alte Sophie-Geschichte. Das ist eine Verhandlung, bei der jeder bekommt, was er verdient, bei der jeder bekommt, was er will. Und das ist wirklich, wirklich perfekt. Aber, also wir denken, sowas gibt es gar nicht, das ist natürlich jetzt ein Ideal, ja? Aber es gibt solche Verhandlungen. Es gibt Verhandlungen, und deswegen sagt man auch bei Verhandlungen, wir suchen das 18. Kamel. Und das 18. Kamel suchen ist ein fester Terminus, der verwendet wird, um zu sagen, okay, lass uns irgendwas Kreatives suchen, was noch niemand gesehen hat. Und es geht nicht darum, jemanden über den Tisch zu ziehen, oder dass die sich denken, ach, jetzt hat er irgendwie uns verarscht, sondern es geht wirklich darum, kreativ zu sein. Ein guter Verhandler ist keiner, der einfach auf den Tisch schaut und sagt, so und so läuft. Das ist kein guter Verhandler. Ein guter Verhandler ist einer der Wertschaft, gerade wenn sie langfristig zusammenarbeiten, der Wertschaft. Und das ist ein ideales Beispiel, das ist wie Wittgenstein, der Philosoph, gesagt hat, dass seine Philosophie ist wie eine Leiter. Du kannst es nehmen als Werkzeug, um die Mauer hochzuklettern, und wenn du oben bist, schmeißt es weg. So wie auch das 18. Kamel. Du brauchst es nicht, aber du musst die richtigen Werkzeuge im richtigen Moment sehen. Und wenn ich sage verhandeln übrigens, wir denken an Verhandlungsszenarien und Sie überlegen auch, ja, was habe ich zuletzt verhandelt? Aber ich will, ich frage es erst gleich, weil ich etwas über Sie wissen möchte, aber vorher noch. Wenn ich sage verhandeln, ja, na klar, wenn ich irgendwelche Deals mache, der Typ als Verhandlungsberater, bin ich oft bei Deals, berate Unternehmen bei großen Deals, manchmal auch bei kleinen. Manchmal kommen auch Leute zu mir und sagen, ich möchte mich einen Tag bitte vorbereiten auf eine Gehaltsverhandlung. Und es ist zwar, kostet natürlich, so eine Verhandlungsberatung, aber es ist natürlich ein gutes Investment, aber das ist ein Deal. Es ist ein Deal, wenn irgendwas Großes gekauft wird. Aber es ist auch eine Verhandlung, wenn ein Kind schreit. Ich habe keine Kinder, aber ich bin Onkel, Fünffacher, meine Schwester hat fünf Kinder. Und der Jüngste, wenn der schreit, jetzt kann er reden, aber erst kürzlich, ich weiß gar nicht wie alt, klein jedenfalls, also kurz, und er kann aber jetzt reden. Aber Benjamin heißt er, den Namen kenne ich. Aber Alter, es ändert sich ja ständig. Naja, auf jeden Fall ist natürlich, wenn er schreit, dann will er was. Das ist eine Verhandlung, Kinder schreien. Die älteren Kinder fangen schon an, richtig zu verhandeln, weil sie eben Fernsehen, oder nicht Fernsehen, iPad gucken wollen. Da wird schon verhandelt, richtig gute Argumente. Der Älteste wird jetzt 16, dann können Sie sich vorstellen. Der verhandelt natürlich schon verdammt gut und sehr, sehr hartnäckig. Kinder sind ja sehr, sehr hartnäckig. Und eigentlich gute Verhandler, weil sie eben auch sich mit dem Nein, also wir haben viel zu große Angst vor Neins. Deswegen verhandeln wir oft nicht, weil wir Angst eben vor der Ablehnung haben. Aber Kinder machen das einfach. Und, naja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine Verhandlung. Wenn ich mit meinen Freunden essen gehen will, und ich liebe indisch, ich will immer indisch essen gehen, oft, oder frühstücken. Und die sagen, was, es ist schon 11.30 Uhr, ich will Mittagessen, ich will frühstücken. Ich liebe Frühstück. Das war es von Aufbruch. Tag beginnt, neues Leben. Und das muss ich immer, kann ich ja so nicht sagen, es klingt komisch, aber ich muss immer Argumente finden und es anpassen. Und es ist auch eine Verhandlung. Also sehr, sehr viel ist eine Verhandlung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017